ja da bist du wieder e k k k gut wo geht er lang ah ja hier sind der Schilder schlägt mich klinik freischaltung klick mich ich hab die freischaltungslich schick geklickt ja er kommt mit der Fall die Ehe jetzt runter er Achtung wird sich über die geile Raum und wenn er wird geht jetzt werden ich weiß aber trotzdem heißt jetzt für bitte keinen anderen Neuling die Tür öffnen macht das Brett auf bitte das Passwort ist verboten 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 ich habe das Passwort gesagt es steht drauf das Passwort ist verboten also verhalten die weitergabe des Passwort ist verboten na und das Passwort ist trotzdem verboten M die Erregel stehen hier was denn hier Facebook Facebook das Facebook-Schild liegen ich habe in der Distanz okay so wie der Schilder und die Umgebung die gehen Apropos hat man nach dem Passwort weiter nötig es ist wie ist das Wort mit selbst wurden gelangst zu später wie der zum Sturm Antwerpen 50 es gibt zu was für die Städte wenn wir sich halt zu tun muss immer bitte wenn nicht werden werden er hat die zweite tür es besteht in der am Boden ich kürze du da bestehend auf dem Schild wir haben eine Farm Welt nach später der Schwop Abbau Welt machen das hier 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 oben lieber hier guck mal hier du bist ein nennen und dein Name in Facebook und wer hält 4 500 Euro natürlich trete und jetzt bei der okay ich will beitreten sagt Passwort hier mit rechtsklick öffnen das ist ein bisschen das geht nicht doch die Städte für recht mit einem rechtsklick öffnen die Tür mit einem rechtsklick öffnen ja noch auf es ist nr sch kundenlack die die sch 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 ich glaube das ist kundelock das Passwort gewaltig ist kundelkundelk das ist der Schilder mal er die Füße in der Arbeit und dann gibt mal einen denn jetzt die Welt um ein paar Arten denn das ist die Welt gibt es meines Passwort nur noch hätte sie die anderen Neuling in die Tür macht's Brett auf Nr. 2 oder ich versuche dass du mit der Formbild T-slash war Abbau Welt er hätte es so wie es war ab M Bau Welt jetzt nicht du hast keinen Zugriff auf diese Befehle warum ist er da drauf mit wo der Hälfte später tolle Geschenke wir kriegen mit Brot tolle Geschenke vielleicht hat das Passwort hier ich will geschenkt er hat aber das Passwort hat und hält ich hab's gesehen das Passwort ist xx Katze ich sehe ob wir mal gehen Prozent Loll 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 ich brauche 10 Euro Warte 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 jetzt der Börner jetzt da hätte ich wenig Einkommen da hätte ich wenig Einkommen ich 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 wollte die Euro kauft die Euro Tauschst du die 5? Warte, 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 jetzt, warte, jetzt, 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 jetzt. Yay, wir nerven. Ich guck mal, ob es irgendwie noch mehr Schilder gibt, wo man hin kann. Ach hier. Was, du? Wusstest du, dass GS-Grundstück... Oh, ich hatte vom Server gemorfen. Genau. Weil ich jedes in den Chat geschrieben habe. Ey, wusstest du, dass GS-Grundstück bedeutet? Steht ja auf dem Schild drauf. Das steht ja auf dem Schild. Wusstest du, dass GS-Grundstück bedeutet? Was steht hier? Unsere Homepage ist www.phantasiawirtmc.de. Such mal. Nee. Wusstest du, dass wir einen Teamspeak-Server haben? Nein. Warte, komm, wir machen Bug-Using. Wo geht das? Weiß ich nicht. Probieren, ausprobieren. Ja, okay, ich versuche mich irgendwo zu kommen. Wir sind überall Reds und dann kann ich da hoch. Ja, kann ich. Ich hab's gerade. So gut gewesen. Wusstest du nicht vom Server geworfen? Ja, aber ich bin wieder draufgegangen. Schlau. Kann man sich nicht mit Brot in irgendwie eine Leiter hochbauen? Ja, oder kaputt schlagen. Ich bin tot. Ich bin nicht auf. Ich glaube, ich hab' nen Cheat gefunden. Guck. Yeah, ich bin jugend drauf. Wo bist du? Hände dich auf die Tafel. Wow. Was hältst du hier? Ich krieg das auch hin, warte. Ja, ja. Ich darf mich nicht drauf. Los, hast du. Oh. Uuuuh. Fall runter. Können wir da nicht hochspringen, in dem Moment, wo's gerade weg ist? Ich schaue, es ist kaputt. Ich schaue, es ist ernsthaft. Warte, warte, warte mal ich auch mal. Nur wenn ich in den Boden ab und... Oh, ich kann den Sandsteller bauen. Ups. Nein, du musst mich schlagen, du musst mich stand schlagen. Nein, ich schaue einfach das Gras kaputt, was da ist. Ja. Du warst jetzt mit meinem... Einfach spittagisch. Na, mir geht das nicht. Das geht nicht kaputt. Das verbraucht sich kein bisschen. Na, wenn ich auf die Traufschlag schon, dann verbraucht sich's. Och, Mann. Schreib mal. Schreib auch mal, wenn es in den Chat. Nein, 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 nein. Ich schreibe was anderes in den Chat. Okay. Schreib auch mal. Ich schreib' das. Hör. Ich schreib' das... looks right. Guck dir so. nicht mehr oder ihn ist Prozent es ist noch da ich bin bald um aber da war der Worte gut ist weg aber auch nicht hat er sich lieben mehr er hat das ist egal es hat mir ein T ich bin ein Spitzer gehalten verbrauchen deswegen ist es ein bisschen Schildenden das ist alles von mir heilverbraucht aus der Spärtersgruppe ich bin in der Zeit und erlaubt es selber ausgehen nein ich nicht das heißt eben der Bannhammer hat gesprochen ein das ist dass sie geschrieben ist er hat ich bin mal gebannt der gewahrt wurde ich gebe ich aber sein ich bin ich immer ich muss schreiben Oh, ich bin schon oder so.